Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Türchen zu eröffnen und heute bin ich bei Max Münch in Lommatsch. Max, wo bist du? Hey, hey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Der ganze Himmel ist voller Salami. Richtig. Und genau die dort oben, unsere Herford-Kruntersalami, habe ich wunderbar in so einer kleinen, feinen Hülse verpackt für euch. Und die gibt es natürlich in unserem Leben zum Abholen. Genau. Hey, Max, vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich, dass es euch schmeckt. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Ger custody nach. Schöne Weihnachten. J Vielen Dank.